Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe mich den Dank an, dass Sie der Einladung an diesem immer heißen Sommerabend gefolgt sind. Da rede auch nicht, dass das für mich auch ein ganz besonderer Abend ist, wie der ganze Tag ein besonderer war. Ich habe fast noch den Teilnehmer vor 24 Jahren im Spätsommer 1989 Politik zu machen, 23 Jahre von mir im Lande Brandenburg, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe Politik immer mit Lust und viel Leidenschaft gemacht. Manchmal höre ich dann, dass ich gar zu viel Leidenschaft bin, ich bin dankbar für diese fast zweieinhalb Jahrzehnte. Ich bin dankbar, dass ich mich zum Durfte, ich bin dankbar, dass ich in fünf Landesregierungen kann, um uns mitarbeiten, ich durfte im Schreiben als Umweltminister, ich durfte ich dann vorstehen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich mich zu außergewöhnlichen Menschen gehe. Ich bin dankbar, dass ich mich zu außergewöhnlichen Menschen gehe. Ich bin dankbar, dass ich mich zu einem anderen Stolz, aber auch die Hannes Grau oder Transnüge, die ihren Wegstrecken gemeinsam gehen konnte. Das ist etwas, was nicht jedem vergilt ist im Leben. Und für mich war das eine wunderschöne Erfahrung, auch eine bereichernde Erfahrung und eine, von der ich noch lange zehren werde. Und wer in die 90er Jahre mal zurückgeht, keine Angst vor dem Weg, aber wer in die 90er Jahre mal zurückgeht, wer weiß, dass manches damals nicht gedacht wäre, dass wir uns nicht in die Liege gelegt waren. Wir waren ein sehr schlussschwaches Land, wo wir nicht umsonst lange Zeit häusern, bis wir in einem römischen Reich ist. Das hat eine Botschaft in sich. Und inzwischen haben wir es alle gemeinsam, und das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk, von vielen Unverzagten, so wie Brandenburgerinnen und Brandenburger sind, geschafft, ein sehr gutes Fundament zu legen. Und wer uns 1990 vorhergesagt hätte, dass wir im Konzert der Bundesländer mal zu denen gehören werden, die dreimal hintereinander als modernstes Energieland ausgezeichnet werden, oder dreimal Dynamis, die mal bei einer wirtschaftlichen Entgüttung werden, oder da, und das hat 90 schon gar keiner gedacht, zu den ersten Bundesländern gehören, für die die Schuldenfremse nicht nur an Bord ist, sondern die schon seit Jahren ohne neue Schulden auskommen, in ihrem Haushalt, der hätte das wahrscheinlich in das Reich der Fantasie verbannt. Heute ist es gelebte Realität in unserem Land. Und wenn man verständigt wird, wir hatten immer der Anfang an ein Ziel, wir wollten es beide noch erleben, dass die Arbeitslosigkeit im Land einstellig wird. Das war zur Zeit, wo sie bei 25 Prozent lag, auch ein heller Rutsch, auch das ist inzwischen erreicht, und sie liegt stabil mittlerweile unter dem zweistelligen Bereich. Wenn ich vorhin gesagt habe, Lust und Leidenschaft, ich habe, und das ist wahrscheinlich genetisch bedingt, Politik auch immer als Politik mit dem Gesicht für den Menschen verstanden, ich bin gerne unter mir schon, ich bin gerne draußen. Darüber haben wir darauf gelegt, dass mein Auto als Fimo ausgebaut wird, damit viel unterwegs sein kann, die technischen Möglichkeiten geben, dem ist ja auch hierher. Auf der anderen Seite, das mag ein Nebenfehler sein, wenn man Politik machen will. Ich habe es nie verhofft, dass mir so was wie in die Haut hübsen ist. Sondern mir ist Politik und das, was ich dort erlebt habe, was ich auf den Gesprächen mit Menschen erlebt habe, aus dem Lagen heraus, immer auch unter die Haut gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, das wird sich nicht mehr ändern. Ich muss allerdings dann konstatieren, gerade weil es so ist, wie ich es Ihnen beschrieben habe, zweieinhalb Jahrzehnte haben dann Wirkung. Wenn der Monat mal hochfohlen läuft, dann macht sich manches bemerkbar. Und zweieinhalb Jahrzehnte, die Tage wobei, natürlich an der Stelle auch dann sagen, da bedanke ich mich ganz ausdrücklich, bei meiner Familie, bei meiner Frau, meinen Kindern und guten Freunden nicht, die das seit 1989 ausgehalten haben. Denn das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich habe da nie die wirklich Erklärungsmittel nicht bewegt, sondern sie kannten mich, sie kennen mich und die wussten, das ist so. Und ich habe nicht Politik und Privat das nie gekränkt, sondern das komplett verlegt. Weil ich mein Amtsverständnis durch Großräder geprägt, ist so, dass ein solches hohes Amt, egal ob als Minister oder als Ministerpräsident, ganz eindeutig die Hände anstellen. Alle anderen liegen verleidend. Wer sowas nicht machen will, sollte es nicht angeben. Und das habe ich auch getan. Aber meine Damen und Herren, mein Amtsverständnis und auch mein Verständnis von Pflicht und Verantwortung erfordert noch was Zweites. Nämlich, dass man sich ehrlich und nüchtern immer gefragt, ob man die eigenen Potenziale auch hinreichend sind, ausreichend sind, um die Anforderungen, die ein solches Amt mit sich bringt, immer tagtäglich zu erfüllen. Und da muss ich dann, was mir da vor sechs Wochen passiert ist, heute sagen, ich kann das auch mal verkürzen, einer der Ärzte hat das auf die Formel gebracht, hat sich, 40, 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten, und das waren auch zehn Jahre, weil ich wollte immer bis zum Lebensjahr arbeiten, und werde das auch tun. Aber 80 Stunden vergießt es. Und das muss ich einfach realisieren und umsetzen. Und da sage ich mal ganz klar, das Amt eines Ministerpräsidenten ist in 40 oder 50 Stunden nicht zu absolvieren. Das geht schlicht nicht. Es gibt aber einen zweiten Punkt, der mich in den Debatten und die können sich in etwa vorstellen, wir leben ja auch auf dieser Welt, was in den letzten Wochen auch in Diskussionen mit Kindern, GfV und anderen abgelaufen ist. Kindern kann man auch nicht mehr erzählen, die Gnose wieder, die sind schon alles schon erwachsen, teilweise selber abstolzgerufen, und da kriegt man dann auch klare Meinungen. Und vor diesem Hintergrund habe ich aber zweitens immer auch gedacht, dass man selber auch nicht vergessen soll, auch wenn man in so vielen Jahrzehnten jetzt schon dabei ist, Demokratie hat immer was mit Machtverleihung auf Zeit zu tun. Das hat die Endlichkeit in sich, und das ist das Gute an der Demokratie. Und man soll auch nicht anfangen, nicht bei dem Ansatz, dass, wenn es irgendwie geht, irgendwelche Unersetzlichkeitsgedanken zu geben, da ist immer schon ein Thema mit drin. Und deshalb habe ich mich entschlossen, am 28. August meinen Rückblick den Landtagspräsidenten zu erklären, das ist die nächste reguläre Landtagssitzung, und habe mir gewünscht und vorgeschlagen, und bin sehr froh, dass der Landesvorstand, der soziale und praktisch von der anderen sehen, einstimmig, diesen Volk, das ist, Dietmar Wolk, und der Bundesministerpräsident des Landes, Ramm und Rott. Ich habe dieser Volk vorgeschlagen, weil nicht nur, weil wir uns seit zwei Jahrzehnten kennen und zusammenarbeiten, sondern, das verhehle ich auch nicht, unser Typ ist, wie wir nicht dauernd, dass Politiker sein sollten. Er denkt erst und redet dann, er steht mit beiden Füßen fest auf dem Märkischen Boden, ihm muss man Menschen nähe nicht erklären, er ist ein Mensch, der die Nähe sucht, er hat sich hohe Kompetenzen, übrigens, man soll nie verkennen, auch Politik muss gelernt werden, auch Politik ist ein Handwerk, und das hat man nicht einfach im Kanzler, sondern, ich bin sehr froh, dass Dr. Wolk gelernt hat, im Landkreis, im Landtag, wir waren teilweise auch an Bitter der Spreitlinie, dass der Ausschussvorsitzende war, dass er danach Minister für Landwirtschaft, Minister für Umwelt, Minister für Inneres gewesen ist, für kommunale Angelegenheiten und Fraktionsvorsitzende, also das ganze Spektrum des politischen Landkreis gelernt hat, und ich habe ihn auch als jemanden kennengelernt, der immer einen guten Überblick hat, und ich glaube, das hängt nicht nur mit der Körperkrise von 3.96 zusammen, sondern auch mit seiner Wesenswahl. Also von daher habe ich nach diesen vielen Jahren ein gutes Gefühl, ich habe heute der Fraktion gesagt, es gibt inzwischen die Tradition in Brandenburg, die haben wir dann von Thomas Schuh nach zwei Ereignissen sprechen, kann man für die steuerräumlich gegründet, das heißt, wer hier Ministerpräsident wird, muss 11,5 Jahre Ministerpräsident bleiben, das passt gut, weil in 11,5 Jahren wäre die nächste Landtagswahl 2024, und bis dahin müsste ich noch heute dann, wenn er die digitalisierte Koppelstunde auch mit dem Stadtpräsident bleiben. Ich möchte mich am Schluss, und das ist für mich auch gut, bei allen bedanken, die Weggefährten gewesen sind, und selige. Ich habe den Weg, die Wege, ausgesprochen, genossen, und dann hätte ich es auch nicht so lange gemacht. Und jetzt sind halt andere Bedingungen, jetzt ist es nachher so Notwendigkeit da, und wir müssen mal schlicht und nach Kreis Rechnung tragen, wir sollten auch nicht zu viel Jungs drum machen, und das ist einfach nicht, ich bin mal weitergezogen. Dankeschön.